Ralf Schumacher und sein Freund Etienne kennen sich nicht erst seit gestern. Ralf Schumacher schwebt auf Wolke 7. Nach der gescheiterten Ehe mit Cora Schumacher war das Privatleben des ehemaligen Rennfahrers lange ein Geheimnis. Punkt Am vergangenen Sonntag hatte der 49-Jährige offenbar genug von dem Versteckspiel. Bei Instagram postete er das erste gemeinsame Foto der beiden und schrieb dazu, das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann. Punkt Nicht nur seine Fans freuten sich mit ihm, auch sein Sohn David scheint ihm nur das Beste zu wünschen. Er kommentierte, es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst. Punkt Egal, ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100% hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch. Punkt Carmen Geis spricht über Ralf Schumachers Beziehung, besonders euphorisch zeigte sich seine gute Freundin Carmen Geis. Punkt Sie widmete dem Paar sogar einen eigenen Post auf ihrem Instagram-Profil, samt emotionaler Zeilen. Unter anderem schrieb sie, sein Mut und seine Ehrlichkeit sind inspirierend, und ich bin unendlich dankbar, ihn in meinem Leben zu haben. Punkt Seine Reise zu sich selbst ist ein Beweis dafür, dass Liebe, Akzeptanz und Selbsttreue die größten Kräfte in unserem Leben sind. Und ich liebe beide von ganzem Herzen und bin froh, dass ich zwei Herzen gefunden habe. Punkt Um noch mehr über Ralfs neuen Partner herausfinden, hakte die Bild-Zeitung bei Carmen Geis nach. Tatsächlich erklärt sie, dass sich die beiden Männer schon vor längerer Zeit in Monaco kennengelernt haben. Punkt Aktuell führen Ralf Schumacher und Etienne laut der 59-Jährigen eine Fernbeziehung, sie haben sich in Monaco kennengelernt. Ralf lebt in Salzburg mit seinem Sohn, Etienne lebt in Nizza. Die beiden sind aber ganz oft zusammen. Punkt Sie stellt klar, die beiden sind sensationell glücklich, immer. Da gab es noch nie Streit oder Disput. Punkt Auch beruflich scheint es zu passen, laut der Bild-Zeitung ist der gebürtige Franzose Generalmanager von Ralf und kümmert sich um die Geschäfte seines Freundes. Klingt nach einem echten Traumpaar.